Heute werfen wir einen Blick auf eine ungewöhnliche Szene im Bundestag, die für kontroverse Diskussionen sorgt. Ein grüner Politiker, Markus Ganserer, sorgte bei einer Anhörung zum Selbstbestimmungsgesetz für Aufsehen, als er in Reizwäsche vor dem Ausschuss erschien. Am Dienstagvormittag überraschte Markus Ganserer, ein zweifacher Vater und Abgeordneter für die Grünen, die Anwesenden im Bundestag mit seinem unkonventionellen Outfit. Statt des üblichen Anzugs präsentierte er sich in durchsichtiger Reizwäsche, begleitet von nackter Haut und einem Büstenhalter. Doch hier handelte es sich nicht um eine Inszenierung aus einem Berliner Szene-Club, sondern um einen ernsthaften politischen Auftritt im Bundestag. Markus Ganserer engagiert sich aktiv für das Selbstbestimmungsgesetz, das es Bürgern ermöglichen soll, ihr Geschlecht flexibel und jährlich zu wechseln. Als Mann, der sich in Frauenkleidern präsentiert, setzt er sich besonders für die Belange von Männern in Frauenumkleiden und Frauenschutzräumen ein. Sein Weg in den Bundestag führte ihn über die Frauenquote. Die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend widmete sich dem Thema Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und Änderung weiterer Vorschriften. Eine der anwesenden Expertinnen, die Rechtswissenschaftlerin Anna-Katharina Mangold, kritisierte die Praxis, Kindern bereits bei der Geburt ein Geschlecht zuzuordnen. Mangold plädiert dafür, dass Menschen erst mit Erreichen ihrer Volljährigkeit ihre geschlechtliche Identität erklären sollten. Befürworter sehen darin einen wichtigen Schritt in Richtung individueller Freiheit, während Gegner Bedenken bezüglich möglicher Auswirkungen auf die Gesellschaft äußern. Die unkonventionelle Präsentation von Markus Ganserer im Bundestag sorgt für Schlagzeilen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Diskussion in den kommenden Wochen weiterentwickeln wird. Was haltet ihr von der Aktion? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Bleiben Sie informiert, indem Sie unseren Kanal abonnieren und verpassen Sie nicht die neuesten Entwicklungen. Bis zum nächsten Mal und alles Gute!